so und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa und zwar möchte ich heute mit euch eine runde zocken und was kann man anderes zocken außer TomPryder ja diesen teil habe ich mir jetzt rausgesucht TomPryder Chronicles und zwar bin ich jetzt irgendwann vor monaten beim kolosseum stehen geblieben ja und da möchte ich auch heute mit euch gemeinsam jetzt durchstarten und mal das level einmal abschecken gleichzeitig ist es hier ein test stream hier mit obs ich teste mal eben habe ich alles richtig eingestellt sieht erstmal gut aus das bin ich ja herrlich ja aber wie fangen wir denn vernünftig an wie hat ein track runner immer seine videos gestartet ganz klar erst mal mit einem system check also geben wir mal ein u name minus minus a so wir starten mit einem kernel 5.11034 lsb unterstrich release release minus a jawoll wir haben jetzt hier ein ubuntu 20.04 in der lts version gut noch ein paar rahmenbedingungen zu meinem laptop hier wie war das noch mal system ne ein system was nicht einstellung genau einstellung und dann auf info info gibt es nicht mehr doch ich sollte auch noch ganz unten scrollen wir haben hier 64 gigabyte ok zeige ich nur 62,6 an ist auch gut 11 generation core intel i7 mit einer ja einer ganz einfachen grafikkarte und zwar ist es diese iris grafikkarte oder grafikeinheit grafikkarte ist es ja in dem sinne nicht genommen ist klar noch 036 mit dem nächsten update kommt natürlich die 40er version drauf aber das ist nicht gegenstand des heutigen tages heute geht es einfach nur um zocken und zwar spiele ich jetzt tom das ist ein breiter chronicles einstellen brauche ich nichts das ist eigentlich alles soweit okay das habe ich gerade gesteckt ja dann starte ich einfach mal so jetzt einen kurzen augenblick ja die ersten beiden sachen können wir wegklicken dann gehe ich jetzt hier auf lord das heißt ich gehe erstmal auf option und auf controller option ja hier sieht man hier ist alles ein bisschen knorch eingestellt ich schreibe ich schreibe auf den zettel bevor ich das vergesse wo rock ist rock wäre geteiltzeichen rock schreibe eben auf und dash duck wäre punkt also bücken das brauche ich noch und das rennen ist glaube ich der schnell kann das sein rennen dann muss ich die taste äh geteilt drücken rennen aber auf dem pad auf dem nummerblock und der rest sollte eigentlich funktionieren das machen wir erstmal einen check oh was ist hier los komme ich da jetzt wieder raus vielleicht mit dem controller ich habe jetzt hier den ps4 controller aber irgendwie funktionieren noch nicht alle tasten und ich habe jetzt auch keinen bock jetzt irgendwie rumzufüllen ich will einfach nur zocken deswegen ist das jetzt noch eine kombination aus controller und ähm tastatur äh genau ich bin stehen geblieben bei level 33 das kolosseum da möchte ich jetzt äh ja einfach mittendrin einfach mal beginnen und gucken was passiert so ok schritt nach rechts und schritt nach links muss ich jetzt hier könnt ihr das sehen wie nennt sich das hier analog stick drücken und digital stick das funktioniert auf jeden fall springen funktioniert waffe ziehen bam 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 rolle funktioniert ja und x müsst ihr mir einfach glauben funktioniert auch nur alle anderen tasten muss ich jetzt dementsprechend mit der tastatur bedienen und ich teste einfach mal ob es überhaupt funktioniert ob ich dazu überhaupt in der lage bin multitask mäßig hier dementsprechend ich liebe es irgendwo war hier ein sekret wo ist das sekret hier 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 also ich habe äh Teil 4 ist das glaube ich habe ich zum letzten mal ich glaube vor etlichen jahren gezockt jetzt habe ich mir das über steam eigentlich auch schon wieder vor zwei jahren habe ich mir das mal runtergeladen also gekauft und so jetzt muss ich erstmal ganz kurz äh guck gerne welche taste muss ich jetzt drücken walk ich glaube das ist shift nein shift ah shift ist locken so ah ja ok ah da wird Lara sogar transparent auch nicht schlecht ähm wie kann ich jetzt walken ah ja mit minus ok und da haben wir das erste secret jawoll herrlich so äh was wollte ich sagen ja ich habe mit Tomb Raider dementsprechend mal steam gekauft vor zwei jahren meine ich schon oder an der halbe der Ecke rum und habe das ein bisschen lang gespielt und habe mir dann diverse ähm save games runtergeladen also ich bin aktuell bin ich definitiv an dieser stelle so irgendwas kommt jetzt aber Leute was muss ich machen ich muss rennen wie war rennen nochmal rennen war geteilt wo habe ich geteilt da ja das ist alles ein bisschen improvisiert hier noch mit meiner zockerei okay jetzt bleibste stehen lauf weiter Hilfe lauf weiter ja ich mach euch alles fertig hier so was muss ich jetzt machen oh Hilfe oh was ist hier los wo ist er the lion the lion the lion sleeps tonight pfff okay wie kommen wir jetzt hier rein wie komme ich jetzt hier rein helft mir bitte wie komme ich hier rein lucken war was war lucken nochmal haben wir gar nicht aufgeschrieben shift okay das kann ich mir auch so merken und 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 ja ich denke mal da muss ich schon rein ach schau doch mal an wie die Lage aussieht ein bisschen ernster Blick ja war doch recht nice ja und nu nu ist guter Rad teuer tja hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier ist auch nix so das war es ich denke mal ich kann jetzt aufhören zu zocken weil ich keine ahnung habe wie es weiter geht hm vielleicht muss ich hier irgendwie irgendwie hier rein mal ein bisschen lucken aaaaah ja ok ich gehe einfach mal wieder zurück oh ja was haben wir denn da da ist doch was da ist was also kann Lara eigentlich auch um die Ecke greifen ja 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 herrlich gut dann fliechen wir mal hier rein und jetzt bestimmt drehen 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 und runter einfach mal fallen lassen blauja was haben wir denn da ein Knöpfchen bei Knöpfchen Knöpfe sind immer gut Knöpfe sind immer gut wo ist er? was ist passiert? ok 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 hier merke ich schon Orientierungssinn ist nicht allzu ausgeprägt bei mir ja aber das macht die Sache auf eine Art natürlich auch spannender ja man kann sich doch schönreden keine Frage so wo ist der Löwe jetzt? jetzt kommt jetzt möchte ich mal einen real Kampf hier real fight ok vielleicht ist das Türchen jetzt auf ja das Türchen ist auf komm her komm her wo bist du? haha Fackel wie geht überhaupt Fackel? da muss ich eben nochmal nachgucken Kontroll Fackel wäre bei mir theoretisch Kontroll wie ist das richtig? Use Flake wäre Kontroll Kontroll dann machen wir doch mal sofort einen Test Kontroll ist doch ist das Steuerung? ja oh yeah oh yeah man sollte ein bisschen ah Hilfe nüt oh komm her Hilfe komm her komm her keine Augen hier ist aber gemein du komm spring Lara spring jawoll komm her noch einen wo ist er denn hin? hin da nu wo ist er hin? ah der kommt bestimmt wieder sie hat sich nur versteckt was bist du denn hier für ein Kollege interessant da vorne ist ein Knopf soll ich den mal drücken? hm dann kommt bestimmt noch ein ein Lion soll man da drauf drücken? komm drücken wir da mal drauf hol Sí komm her komm her drož komm her komm her krr Throw who bist du Wo bist du? Löst du dich wieder auf? Aha. Versteckst du dich bestimmt nur. So, haben wir noch irgendetwas hier? Ich denke mal, das ist einfach nur Grafik. Sonst liegt hier nichts rum. Kein Medipack, nichts mehr aufsammeln. Tja, okay, okay. Dann gehen wir da hoch. Gehen wir mal da hoch. Ja, man kann hier sogar ganz... Hey, hier war ich doch gerade, auch nicht? Oh, da ist was. Da ist was. Sacken wir uns das ein? Erstmal angucken. Erstmal angucken. Wo bist du denn überhaupt? Ein Stückchen Artefakt vielleicht? Soll ich dich aufnehmen? Ja? Na, komm. Oh, spannende Musik. Jetzt geht's los hier. Oh. Höh! Ich wusste es. Warum wusste ich es? Boah, hat der mir noch einen gegeben? Kann das sein? Du kleiner Banditu. Beim Sterben hat er mir noch einen gegeben. Okay, da hoch vielleicht, wenn das überhaupt geht. Na doch, man kann nicht aufgehen. Oh, 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 oh. Kommt noch rüber wieder. Gar nicht besser. Da, wieder. Beim Sterben hat er noch mal so'n Hieb ausgesetzt. So, brauchen wir mal langsam Energie. Komm, ich könnte hier mal ne Fackel anmachen. Ich hab Bock auf ne Fackel. Ah, jetzt seh ich wenigstens was. Ein Knöpfchen. Oh, da liegt was. Jetzt muss ich Minus drücken. Hm, dann kann ich das aufsammeln. Nee, du solltest eigentlich aufsammeln, Lara. Lara, sammelt bitte die Munition auf. Dankeschön. Ha. Hat was, ne? Lara hat was. So, hab ich unten alles abgeschickt? Komm, wir checken unten mal alles ab. Juhu. Macht da was? Macht da was? Nein, war nur Grafik. Ja, komm. Gehen einfach weiter. Man muss ja nicht zwingend alles aufsammeln. Kann man? Klar, muss man aber nicht. So, was haben wir hier? Hier kann man wieder runter. Das will ich aber nicht. So, jetzt hab ich die Qual aber weiter nach oben. Wenn das überhaupt geht. Wenn das geht. Hm. Oder hier rein. Hm. Mal die Ecken abschecken hier. Ja. Ja. Mal den Anschuss. Muss man immer zwischendurch. Ich glaub, wenn ich jetzt hier drauflaufe, könnte etwas passieren. Die Musik wird unheimlich. Oh, ich speichere mal die Hand. Wie war das nochmal? F5, ne? Äh. Na ey. F5 ist Lord. F6 vielleicht? Wo ist denn F6? Immer noch Lord. Hey, was ist das denn? Ja, hier ist safe. So. Ich überschreibe mal den anderen Quatsch hier. Hm. Ja. Komm, ich überschreibe ich alles hier. So, irgendwas passiert da jetzt, oder? Ah ja, da sind solche Seile. Das sind wir im Schimpel tätigen. Kann man da rüberspringen. Ah, ich erinnere mich, glaub ich. Ich glaub, ich muss hier an diesem Seil ziehen. Und dann irgendwie unten rum, da hoch. Und dann... Hm. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, wie war nochmal Walken? Shift ist Gucken. Minus ist Walken. Geht das gut? Geht das... Ach komm, wir machen mal einen Testjump hier. Ja, das geht gut. So, nochmal den Weg checken. Hier runter. Genau da. Hoch. Oh, jetzt ist Timing angesagt. Jetzt ist Timing angesagt. Ich... Ich spiel einfach mal drauf los. Ne, passiert nichts. Oh ja, nochmal. Okay, zweimal ziehen reicht. Das ist, glaub ich... Aaaaaah. So. Ja. Hier ist Timing angesagt. Ich erinnere mich. Das ist zwei Jahre her, dass ich hier das gezockt habe. Genau. Ich muss nochmal den... Ja, ja, genau. Ich hab nur noch die ganze Zeit. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Wie gehen wir taktisch klug am besten vor? Opfern wir ein bisschen Energie und springen hier einfach runter? Nee, oh, passt sogar. Walken war... Minus, ne? Jetzt müssen wir ja bis zur Kante walken. Oh, ich seh nix. Bisschen dunkel hier. Hä? Oh, nö. Warum bist du denn unten? Oder obwohl? Jetzt kannst du das nicht aufnehmen, ne? Kannst du das jetzt nicht aufnehmen? Ne. Ich glaub, die Säule muss oben sein. Mal richtig positionieren. So, jetzt ist hier... Ja, zweimal reich, glaub ich. So, jetzt... Äh, äh. Das muss genau passen. Äh. Das Problem ist, dass ich nicht erstmal Energie verlieren, sondern dass die Zeit anflöten geht. Ah. Ah. Oh, ich bin zu... Oh, da muss man den einen durchlaufen. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Den im einen durchzulaufen. Ich hoffe mal, ihr habt genug Zeit mitgebracht. Und, äh. Das kann nämlich jetzt dauern. Das kann jetzt dauern. Eins. Zwei. Und jetzt. Jump. Bitte treff die... Na, jawoll. Hat sie schon mal getroffen. Das ist schon mal gut. Am besten jetzt auch in einem durchlaufen. Ja, und das ist das Problem. Wenn ich in einem durchlaufe, bin ich nicht genau auf Position. Hm, oder gibt es da noch einen anderen Weg? Das ist jetzt die große Frage. So, schreibt mir in meine Kommentare, wie gehe ich da am besten klug vor? Ich trinke deshalb mal einen Schluck Kaffee. Und ich glaube, ein bisschen Energie bräuchte ich auch so langsam. Jetzt habe ich überhaupt noch ein paar Medifix. Drei. Drei. Uuuuh. Sieben. Dann kommt mir noch ein kleines... Ups. So. Achso, ich soll den in der Jump betätigen. Zweimal haben wir gesagt. Einmal. Nochmal. Ja, eine Plattform hat sie schon getroffen. Aber wenn ich die nicht treffe, dann kann ich sofort wieder umkehren. Jetzt im einen durch. Das passt wieder nicht. Was mache ich falsch? Hm, wie muss ich laufen, damit Lara im einen durchjumpen kann? Das ist jetzt hier die Frage. Konzentration, würde ich sagen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin einfach zu langsam. Andere würden auch sagen, ich bin zu schlecht. Eins. Zwei. Das ist jetzt aber ganz schön. Äh, könnte passen, ne? Jawoll. Das hätte, glaube ich, Rennen drücken müssen. Das passt, glaube ich, nicht. Das passt nicht. Jetzt vielleicht Rennen, wo es Rennen. Oh, ehe ich die Taste gefunden habe. Komm, komm. Jetzt, jetzt aber. Jetzt aber. Lara, Lara. Nimm's auf, liebes. Nein. Aber ich war schon mal ein bisschen näher dran. Ich muss irgendwie die Rennen-Taste quittieren. Hm, wie machen wir das jetzt? Rennen war, Rennen war geteilt. Jawoll. Ja. Ja. Das muss ich irgendwie geteilt drücken. Wo ist geteilt? Er kriegt die Kurve nicht. Ja, das ist richtig, richtig schwer. Bitte schreibt mir in den Kommentaren. Ja, das ist richtig schwer. Dankeschön. Ja, ich denke mal, ähm, das wird einfach noch dauern. Warum ist das Ding jetzt schon wieder oben? Na, ist egal. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Vielleicht passt es da jetzt auch. Aber wie soll ich hier rennen um die Kurve? Das kann ich nicht. Da reicht meine Skills nicht mehr. Jetzt aber. Jetzt, Lara. Nimm es. Nimm es. Nimm es. X. 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 Ja. Ich hab das Sekret. Jawoll. Das ist überhaupt kein Cigarette. Das ist ein Artefakt. So, jetzt schnell speichern. Jetzt bloß nicht mehr sterben. Was ist das? F5? F5, F5. Sim, drüben. Wo bin ich denn hier? Oh, auch interessant. Hier oben steht das Kolosseum. Hier unten steht das Kolosseum. Mal gucken, was jetzt steht. Äh, was muss ich drücken? X. X. Jawoll. So. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Stimmt. Oh. Oh. Böse. 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 Soll ich da jetzt reingehen? Ich wusste es. Irgendwas passiert jetzt. Oh. Nichts besser als Sarah. Oh. Ob der böse ist? Ich drücke mal für alle Fälle X. Machen wir es ja nie. Yes. Yes. Indeed, indeed. This is a very deep pit. And in this such a historic venue. Very deep, ja. Das ist auch. I feel sure there may be valuable artifacts lurking in its depths. I can't tempt you to jump down and look. Well, this is my point. I feel you may be better 25 to exactly secret. Unless you perish the thought, expied in the fall, perhaps if you lie to your load a little, it may lessen me impact the stone you've gone. I have a very deep breath. I wonder, when you get to that. I wonder when you get to that. I wonder when you get to that. I wonder when you get to that. Okay. Okay. Can we all leave happily ever after? I think not. Give me your word that once you leave the pit you will not lay a finger on me. You have my word. You have my word. Oh. I'm just so excited. You have my word. Ja, ja. Und? Und jetzt? Okay. Was muss ich jetzt noch machen? Was muss ich jetzt noch machen? Now, now, Miss Croft. You gave me your word. Hehe. Warum schießt er denn nicht? Ich weiß nicht aus der Situation, also... Tja. Manchmal muss man das ganz auch ein bisschen... Klipperdü. Could you find it in your heart, to help me up? I appear to be sleeping. Pierre, you know nothing would please me more. But we have an agreement. Agreement? Not to lay a finger on you, remember silly? Anyway, busy girl, gotta go. Some of theiers are located in the Expo. Yeah, okay jetzt nehme ich mal jetzt mal so hin, die Szene. Weil ich meine... video katzen sind ähnlich jetzt so das ausschlaggebende jetzt gemacht ich habe gerade gedacht speicher ab ich habe gerade gesagt speicher ab aber gut da muss ich jetzt wohl noch mal angucken das war ja jetzt sagenhaft der kolosseum einmal kurz drehen naja genau jetzt jetzt speichern jetzt abspeichern den nächsten platz hier tiefsee tauchen ich überschreibe er alles jetzt weil ich möchte nämlich ab kolosseum weiter durch zocken wir drücken hinter bestimmten save game save game ja nicht dass es anfängt zu laden auch schon mal passiert so genau ich wollte eigentlich hier rüber weil hier rüber wenn wir springen oder nein ja ich bin mir so gewohnt die bock-taste zu drücken aber die funktioniert jetzt nicht warum auch immer okay man könnte auch darüber springen aber was soll ich da ne entweder hierher nee da komme ich ja her ja schon einmal darüber obwohl ich könnte mich auch drüber haben will ne okay aber warte mal ich glaube hier gucke ich doch mal da liegt auch nichts okay wo ich da auch nicht rüber springen energie ist ein bisschen bescheiden wie immer was haben wir hier hier ist auch nichts mal gucken wo ich hin muss ich habe jetzt keine ahnung ich glaube einfach mal so ein bisschen freisch schnauze hier war ich doch gerade ach ich muss bestimmt wieder zurück genau weil er war ja noch genau ich muss irgendwie wieder da hoch ja 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 das machen wir jetzt einfach mal da hoch jetzt gehen wir aber langsam zur kante noch ein stückchen vor dann passt es so und mal gucken wo war es denn Noch ein Stückchen und dann links. War noch irgendwo ein Weg. Jetzt bin ich dann vorbeigelaufen. Ah, kommt wieder ein Bösewicht? Oh, hier schritte. Oh, Hilfe! Oh, zwei gleich und Löwe! Hilfe! Dreh dich! Stich! Mach was! Schieß! Ja, ich sheete mal ne Runde. Ich nehm jetzt großes Medifact. Oder? Ach komm, kleines Reifen. Ah, da springen! In von der Seite. Aber ich luse gerade völlig ab. Das stimmt mir nicht. Okay. Irgendwie war das jetzt nicht so heldenhaft. Geh mich ja zu. Und Lara blinkt. Ich mag das nicht, wenn Lara blinkt. Aber ist das egal, da muss ich jetzt durch. Mal was am bisschen spannend hier. Da! Oh, was haben wir denn da? Eine Uzi? Ist das eine Uzi? Aber warum nur eine? Oh, Medipack! Ja, jetzt, dann nehme ich auch ein neues Medipack. Soll ich mal ein großes nehmen? Ja, wenn Lara blinkt, kann man ruhig mal ein großes nehmen, ne? Okay. Wo muss ich jetzt hin? Hätte ich mir den Weg hier schenken können? Hier ist irgendwie nichts, ne? Mein Medipack und eine Uzi ist natürlich auch nicht schlecht. Hm. Ne, hier ist nichts. So, halten wir mal fest. Warum musste ich jetzt da hoch gehen? Also irgendwie ergibt das jetzt hier alles keinen Sinn. Also hier ist definitiv nichts. Ich kann mich drehen, wenn wie ich will. So, was ist passiert? Ich bin vorhin hier reingegangen und hab mir dann das Artefakt besorgt. Äh, dann ging das Türchen auf. Dann bin ich runtergerutscht. Und komm dann hier wieder raus. Okay. Das heißt, ich hätte ja gar nicht durchgehen brauchen. Aber es kann nicht sein, dass das hier... Ah, ich wollte gerade sagen. So ist das also gedacht. Jetzt kann ich da rein. Ich speichel mal eben ab, weil ich hab so die Befürchtung, dass wieder etwas ganz Schlimmes passiert. Safe. Hm? Hm? Ach, das ist ein Geheimnis. Ja, mein Geheimnis ist gut und schön, aber... ...bring mich jetzt erstmal nicht weiter. Na, laufen wir mal zur Kante. Ich hoffe, dass sich hinter Lara noch das Köpflein stößt. Hä, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Oder muss ich die miteinander kombinieren, die Artefakte? Oh Mann, Ted. Wo seid ihr denn? Kombiniere. Ah, ja. With? Okay, jetzt hab ich ein großes Artefakt. Hm. Was kann man denn mitmachen? Ich bin wieder nach unten? Also, oben ist da nichts. Ja, dann gilt ja nur noch nach unten. Hab ich vielleicht irgendetwas hier übersehen. Hier war ja nur das Knöpfchen. Mehr ist ja eh nicht, hä. Kann man hier noch nach oben? Spring. Nö, bringt nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Genau. Hier rechts ist ein Gang. Und da... Ah! Achso, hier war ich glaube ich noch nicht drin. Was ist denn hier? Minibug. Okay, viel mehr kann ich hier aber auch nicht machen. Hm. Kann ich hier wieder runter gehen? Ich weiß nicht. Okay, hier ist ne Treppe. Ah, wozu muss man auch einen Warnschuss abgeben? Hier ist ein Knöpfchen. Ah, hier komm ich nicht hoch. Aua. So, wie komm ich jetzt hier weiter? Wie komm ich jetzt hier weiter? Ja, dann checken wir nochmal die ganzen Räumlichkeiten hier ab, würde ich sagen. Ah, da ist einfach nur ne Säule, die hat keine Bedeutung. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Wie war das nochmal? Hier hoch? Da rein? Echt? Das Einzige, was vielleicht noch n Sinn ergeben würde. Oh. Da hab ich schon ein Hallos. Vielleicht kann man hier noch was machen? Hier fehlt ein Stückchen Zaun, bzw. Geländer. Hm. Da kann man auch nix machen. Hier war ja eigentlich ja nur... ...n Medipack und die UC. Komm, wir schauen uns da mal richtig um hier. Hab ich irgendwas übersehen? Ne, hier ist einfach nur... ...ne Art Gefängnis, würde ich mal so sagen. Ähm, oder was passiert, wenn ich da nochmal reingehe? Ja, das könnte ich mal ausprobieren. Ich geh in diesen ominösen... ...Rutschgang. Hier einfach nochmal rein. Rennen war geteilt. Ne, aber nochmal testen. Wie geht hier rennen? Wenn ich die Taste finde, ist alles vorbei. Hehehe. Muss nie das... Ah, hier ist geteilt. Komm, renn mal. Ehhh. Ja, ich speicher Feuer. Ich weiß, das ist... ...gesheetet vom Allerfeinsten. Oh, ich muss eigentlich... Oh ja. Da! Da war ne Plattform! Da war ne Plattform. Oder kann man hier doch hoch? Ah! Deswegen... Oh! Oh ja. Oh ja. Ich erinnere mich. Jetzt wird's ein wenig tückisch. Ich glaub, ich kann hier am Rad drehen. Da muss ich irgendwie dann nach oben. Unter Zeit, mein ich. Ich schenke mir eben nochmal die Lage. Aber noch erkennt man nichts. Ich mein, irgendwie muss man jetzt gleich nach oben. Jus, genau. So war das. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Mal. Also, dann kann der einfach fest. Krallen gehen nicht. Ich springe jetzt hier einfach drüber. Und springe nochmal rüber. Ich glaub's aber, dass ich guck nochmal eben einmal. Ja. So hab ich's auch in Erinnerung. Da muss man sich hier entlang hangeln, ne? So. Ja, um Ecke Kartenlacher jetzt hangeln. Das ist schon mal gut. Ja. Weiter nach unten geht's ja nicht. Da ist ja die Lava. Und das könnte ein wenig heiß werden. Ich zwar ne heiße Dame. Aber. Wollt's aber nicht übertreiben. So. Wie war das jetzt? Wie geht's jetzt hier weiter? Soll ich jetzt hier hoch? Ja, gehen wir mal hier hoch. Okay. Okay, okay, okay. Halten wir uns mal hier an der Kante fest. Oh, ich hab jetzt hier ein komisches Gefühl. Das geht bei der Güte. Wo kommt ihr denn her? Na, komm. Ich hab jetzt hier ein komisches Gefühl. Ich hab jetzt hier eine komische Position. Das ist schon hartnäckig der Löwe hier. So, wo seid ihr hin? Oh, da liegt was Das hätte ich ja beinahe gar nicht gesehen Seht ihr das? Was da liegt? Also, heftig Ein Schlüssel Äh, langsam gehen Minus Prima Da ist ein Schlüsselloch Aber ich check vorher noch meinen Raum hier ab Vielleicht liegt da noch irgendwas brauchbares hier rum Da ist ja auch ein Schlüsselloch Nein Gut, dann kann ich ja mit einem guten Gewissen hier Die Tür öffnen Minus I got the key, I got the secret Oh, ich glaube gegen den Muss ich auch noch irgen Ja Irgendwie muss ich kämpfen Hilfe Ich überlege gerade Gab es da irgendwie ein Trisskammer? Irgendwas war doch jetzt Äh, F5 Jetzt speichere ich erstmal wieder ab Ne, bin bei Lord Lord ist falsch Was habe ich denn jetzt gedrückt? Safe Safe, safe, safe Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Ich glaube, das wird nicht funktionieren, ne? Das wird nicht funktionieren Das wird nicht funktionieren So, was muss ich jetzt tun? Na ja, das funktioniert so schon mal nicht Tja, wie kann ich gegen dich jetzt kämpfen? Oder einfach abhauen Oder einfach abhauen Das wird ja auch Also ich habe jetzt keine Ahnung Was ich jetzt tun muss Erstmal brauche ich Energie Kleines Reisen gegen großer Gegner Das braucht mehr Energie Also was tut der denn? Der holt aus Oh, ist wieder ganz böse Ich glaube, die Taktik war schon gar nicht mal so schlecht Na komm her Ja Oh, sollst du aber hinten springen? Hat das mal funktioniert? Ja Nö Wo ist er hin? Bist du einfach durch die Tür gegangen? Hallo? Hallo? Where are you? Hm? Hm? Komisch Na ja, ist egal Auf jeden Fall ist er jetzt weg So, was muss ich jetzt machen? Aber deswegen ist das Türchen hier oben immer noch nicht auf Doch, es ist auf Soll ich nochmal speichern? Hm, wer weiß, wer weiß Äh, 5 Ja, gespeichert Was sagt überhaupt mal Energie? Joa, ist okay Was haben wir hier? Da haben wir nix Kein Medipack Keine Fackeln Aber immerhin Anschlüsse Für die nächste Tür Aber ich meine An der anderen Tür war kein, äh, Türschloss So, wie war nochmal rennen? Wie war nochmal rennen? Wie war nochmal rennen? Wenn ich die Taste gefunden hab Bin ich schon da So Oder hab ich hier ein Türschloss übersehen? Ne, ist kein Türschloss Komm, ich mach mal ne Fackel an Da bin ich auch was sehe Ne, hier ist definitiv Kein Türschloss Vielleicht Ist das Türschloss hier auch Woanders Hier, hier, hier Hier nicht Hier nicht Stecken wir mal alles ab Hier nicht Hier nicht Da! Ah ne Da war ich ja schon Vielleicht ist das Sehr ganz easy Einfach hier irgendwo Oder muss ich hier drüber springen? Soll ich mal hier drüber springen? Oh, ich hab ein bisschen hoch Ach! Ja! Hier ist es doch Use Key 2 The 2nd Key The 2nd Key Soll ich da runter? Hm, ich weiß nicht Erst einmal runter gucken Räume runter... Oh, okay, 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 okay Rückwärts Ich glaube, es ist besser, wenn ich rückwärts runterrutsche, ne? Nein! Ah doch! Oh! Was haben wir denn hier? Schütter Diamant Meiner Crawlbar Brecheisen Jawoll Rustikal... Oh, was jetzt? Irgendwie sehe ich kein Bild... Seht ihr ein Bild? Ich hab aber auch mal weggedrückt... Oh! Das war's! Schade! Dann sehen wir die Filme eigentlich verdammt gut! Und...